Es ist schön hier zu sein, nicht? Ich habe von einem von meinen 12 Millionen Beschäftigten mit guten Werten, keine Schulden von den Bürgern von der Wirtschaft, nicht? Da habe ich gehört, dass die Tagespresser, die Presse von Tag, nicht? Die Bürger von einem Satireprojekt haben mir gesagt, habe ich mir ausgedruckt, dass ich, also ich kandidiere für die Hofburg, nicht? Aber das ist ein Satireprojekt, aber es ist ein Satireprojekt, ja, der Schönbrunn ist ein Satireprojekt oder Tierheim, aber ist auch ein Satireprojekt, ja. Also noch einmal, die Bürger wollen ja die Wahrheit hören, ja, habe ich immer gesagt, das stimmt nicht, nicht? Nicht, 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 dass ich nicht kandidiere, das stimmt schon, aber nicht für die Hofburg, ich, das ist ja der Van der Bellen drin, nicht? Also noch einmal, was soll ich mit den Van der Bellen machen, nicht? Den kann man nicht aus der Hofburg hinausgeben. Ja, was soll der tun? Der kann ja nicht, der kann ja in meinem Betrieb die Magna-Schnitten rauchen, nicht? Der ist der Präsident. Nein, ich will nicht in die Hofburg, ich will in, ich kandidiere für die Hüpfburg, da haben sie die Presse verschrieben von Tag, die Presse. Ja, ich will in die Hüpfburg und ich habe selber in der Kanada Hüpfburg aufgebaut für Nummer 1 in der Welt, nicht? Keine Schulden, ich bin der Präsident von 5 Milliarden Hüpfburgen, nicht? Und ich, das gefällt mir, nicht? In der Hüpfburg, da ist auch noch heiße Luft drin und Berufshüpfer kriegen die Todesschrafe, habe ich gesagt, nicht? Außer Grashüpfer, die darf man nicht töten. Grashüpfer ist ein Tiereprojekt, nicht? Und ich kandidiere auch für den Teamchef, ja, das stimmt, ja, Franko weg, Franko her, aber habe ich, muss man ein Geld hineingeben in UFB, in UFB, ja, die Spieler müssen gute Werte haben, die gute Werte sind entscheidend, nicht? Und ich kandidiere auch für mein Elektroauto, für ein Miniauto, nicht? Ein Berufskiller hat gesagt, das Auto schaut aus wie ein 2 CV mit 3 Rahlen, der zwischen 2 Zügen durchfahren wollte. Habe ich zu einem Berufskiller gesagt, Todessstrafe, nicht? Und er hat gesagt, wenn man bei 25 kmh mit dem kleinen orangenen Alu-Koffer in einen Hummel reinfliegt, hat man einen Totalschaden, nicht? Eine Todessstrafe, ja, das ist kein Auto, das ist ein Tiereprojekt, für Menschen halt, nicht? Aber nur für einen, zu zweit kann man nicht fahren damit. Außer wenn man hinten den zweiten Beifahrer mit den Rollschuhen nachschleppt oder mit dem Skateboard, nicht? Und wenn das Auto nicht gefällt, dann mache ich halt einen Siege-Golf, Siege-Wolf-Golf, Siege-Golf, weil Wolf ist ja wieder ein Tiereprojekt, nicht? Also ist Siege-Golf, nicht?